Ja, dieses Testspiel wurde vielerorts mit Spannung erwartet. Jetzt ist es soweit und wir dürfen uns auf eine intensive Partie freuen, denke ich. Intensiv schon deshalb, Wolf, weil diese beiden Länder ja bekanntermaßen traditionelle Rivalen sind. In diesem Sinne, herzlich willkommen und viel Spaß. Und heute erwartet uns die Partie Russland gegen die USA. Hier ist die Aufstellung von Russland. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Was mich bei dieser Sportart mit am meisten begeistert, sind die Emotionen. Ob das ein WM-Endspiel ist oder eine Partie in der Kreisklasse. Wer das einmal miterlebt hat, der will das eigentlich immer wieder erleben. Ganz genau so ist es, Wolf. Man will das jeden Samstag haben. Es ist dieses besondere Fußballfeeling. Oh, da haben wir die Startformation der Gäste. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Alexander Golovin. Mario Fernandes. Anton Mirancuk. Ball draußen wird Einwurf geben. Alexander Golovin. Und die Flanke. Und jetzt der Ball im Haus. Da stand er zu sehr unter Druck. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis. Zagoyev. Chuba. Schönes Zuspiel. Deniz Cheryshev. Zagoyev. Chirkov. Kollegen bieten sich an. Und da ist der Ball wieder weg. Sie bekommen den Einwurf. Cameron Carter-Vickers. Parker. Da verlieren sie den Ball. Macht er gut. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Roman Zobnin. Chuba. Roman Zobnin. Cheryshev. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Stark erhalten. Der Kopfball ist nicht drin. Da müssen Sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Da ist die Flanke. Noch ist die Chance da. Alexander Golovin. Mario Fernandes. Ja, könnte was werden. Der ist doch heiß. Was macht er draus? Der Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Was macht er? Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Ein enorm physischer Spieler. Da muss sich die Abwehr natürlich drauf einstellen. Das ist nicht immer leicht. Alexander Golovin. Cheryshev. Zagoyev. Jetzt sind es gefährlich. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Keine gute Flanke. Spiel geht mit einem Wurf weiter. Ball wieder im Haus, gibt wieder Einwurf. So, die Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht. Ja, was soll man da groß sagen? Nicht, sagen wir mal, die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine allzu großen Probleme geben. Der Koot dazwischen, weg ist der Ball. Spielt den Ball wieder zurück hier. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Anton Mirancuk. Alexander Golovin. Roman Zognin. Chance zur Flanke jetzt. Guter Ball nach draußen. Kurze Flanke jetzt. Problemlos hat er hier den Ball. Jahrhundert. �de. Der Ball spielt er raus. Gutes Technik, fair gemacht und er hat den Ball. Ah, da darf er sich nicht beschweren, wenn er hier vielleicht gelb sieht und das so früh. Er sieht die gelbe Karte so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Ganz eindeutiges Foul, klar spielt er auch den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Der Ball ist draußen, da kam das zu spielig an. Jetzt der Ballverlust. Cameron Carter-Vickers. Macht er gut! Ware! Klasse Einsatz, faires Technik. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Parker. Cameron Carter-Vickers. Und damit ist der Ball weg. Dennis Sherry-Chef. Viel Vorwärtsdrang jetzt. So, Platz für die Flanke. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Der Torwart Pfosten, den Ball weg. Klasse! Klär ist dann. Die Chance auf den Konter. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballernahme. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können Sie nichts machen. Sargoyev. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Russland mit dem Freistoß. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Schöntler. Timothy Weyer. Ball fliegt hoch ein. Jetzt ist es gefährlich. Alfredo Morales. Geht dazwischen und hat den Ball. Sherry-Chef. Tchirkov. Georgi Tchikia. Tchirkov. Tadias Anspielstation. Da gewinnt er den Zweikampf. Einwurf Russland. Tchirkov. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Der Ball kommt hoch rein. Timmy Chandler. Da kommt die Flanke. Der Ball ist weg. Abstoß. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Oh, das könnte das werden. Tchirkov. Und er hat den Ball klasse gehalten. Was für eine Gelegenheit. Er war ganz frei, aber der Torhüter gewinnt das Duell. Jetzt der Eckball. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erst mal weg. Roman Sobnin. Gute Aktion. Alexander Golovin. Da können sie jetzt flanken. Gute Pässe jetzt. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Muss Abschluss geben. Gibt auch Abschluss. Schwache Aktion. Wettbewerb. Gute Aktion. Fische Aktion. Gute Aktion. Gute Aktion. Untertitel. timmy chandler das könnte vielleicht was werden was macht er draus ja sie können erst mal klären klasse pass ja könnte was werden spielt er den ball in den strafraum da kommt die grätsche gibt einwurf georgie chiquilla frühe stören jetzt roman so bin zagoyev zu spiel geht hier ins aus es gibt einwurf parker alfredo morales chandler ärgerlich ballverlust klärstern barbjörn johnson die riesen chance der abschluss war nicht so gut aber das ist noch die platzverhältnisse eine rolle gespielt haben ja unter diesen bedingungen ist es ganz ganz schwer vernünftig zum abschluss zu kommen und das ist der ballverlust sie trainieren viel mit dem ball und das sieht man hier auch in dieser szene technisch von allen spielern große klasse mario fernandez roman so bin mit viel auge holen sich da den ball klasse auf außen ist platz wer sieht gefährlich aus fabian johnson wichtig erholte ball alexander golovin das ist schwach zuspiel kommt nicht an schönes zuspiel hier timmy chandler schießt er er hält diesen ball sensationell er geht in den schlafraum timmy chandler ball kommt an die langen pfosten aber hier kommt kein mitspieler dran ballverlust und es gibt natürlich ein wurf ballverlust parker cameron carter wickers defensiv machen sie es gut anton mir anzug super aktion das ist die balleroberung unwiderstehlich timothy wea herz ist gefährlich fabian johnson gut gesehen vorteil hier ja das war genau richtig und er pfeift freistoß so er wird den ball reinbringen und was kann daraus entstehen das war stark von kurban er hat den ball kameron carter wickers pass auf die außenbahn klasse pass ist hier immer noch am ball chance zur führung jetzt bei diesem eckball auf die der 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 gestern super dazwischen gegangen mag das tor die chance müssen sie nutzen ja sah richtig gut aus aber der abschluss viel zu schwach weiter 0 weg ist der ball zierkopf klasse wie er dahin geht gibt einwurf georgie tiki romans obi cherry chef ja könnte was werden der ball kommt wieder zurück hat es könnte was werden jetzt sieht gefährlich aus dennis cherry chef macht er gut fängt diesen ball ab romans obin cherry chef russland nach druck kann er was draus machen da ist die flanke ins zentrum den ball hat die abwehr chance zur flanke jetzt mario fernandes er war zuletzt dran es gibt ecke sonst ist er so stark aber heute geht nicht so viel er kann auch nicht zufrieden sein da muss mehr kommen ecke kommen ins zentrum guter einsatz ball ist erst mal wieder weg romans oblin juba guter versuch da hat nicht viel gefehlt und kopfschütteln am spielfeld ranz ja ja wie kann man so eine chance vergeben er kann überhaupt nicht fassen ach so was sieht er natürlich nicht gerne stichwort chancenverwertung da hätten sie den führungstreffer machen müssen geht mit ein wurf weiter gestern kater wickers parker da ist platz auf dem flügel was macht er draus fange kommt weit entschlossen geklärt gestern jetzt hat er platz jetzt muss er flanken der ball holt er gut verteidigt ja da müssen sie aufpassen zagoje alexander golovin da haben sie den ball gut gemacht schändler ballverlust das könnte die chance werden das ist schwach zu spiel kommt nicht an rückpass zum torwart der ballverlust sie holen sich den ball jetzt gefährlich alfredo morales und jetzt ist schon gute gelegenheit aber kein tor der ballverlust das ist schon mal parker und es gibt fünf minuten nachspielzeit cameron carter wickers alfredo morales parker cameron carter wickers klistern roman sublin anton mir anzug gefährlich geblockt vom verteidiger alexander golovin klasse aktion ball ist weg alfredo morales timothy wea da kommt der pass das muss er besser time in hier ist es dann abseits und hier diesen pass weg ist der ball timothy wea da merkt man wie die fans durchatmen das hätte gefährlich werden können und Timothée Buea Klärstand Buea Ja, könnte was werden Er schisst Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich Zur Pause noch keine Treffer Also da ist noch ein bisschen Luft da oben Ja, ging bisher nicht über ein paar Ansätze hinaus Das stimmt schon Es ist kein mitweisendes Spiel Ja, ich bin jetzt noch ein mitweisendes Spiel